Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in meiner Reihe über den Line 6 Helix. Heute einmal eine Einführung in den Editor, genannt HX-Edit, mit dem du auf dem Computer die Sounds im Helix programmieren kannst. Dazu muss das Helix über USB angeschlossen sein. Das Tutorial funktioniert aber auch für die Software Helix Native. Funktioniert gleich bis auf ein paar Mini-Kleine-Kleinigkeiten. Das beschreibe ich dir in einem On-Screen-Video, wo du mich praktisch nur reden hörst und ansonsten den Bildschirm der Software siehst. Viel Spaß dabei, ich schalte jetzt um auf On-Screen. Herzlich willkommen zum ersten On-Screen-Tutorial. Heute geht es einfach darum, wie du den Editor des Helix, genannt HX-Edit, bedienst. So, wir fangen einfach mal an. Hier neben links haben wir Einreiter-Presets und Einreiter-Impulses. Ich bespreche mal ganz kurz Impulses, weil das brauchen wir nicht, aber egal. Hier kannst du sogenannte Impuls-Responses importieren, die du zum Beispiel kaufen kannst. Oder es gibt auch ein paar freierhältliche, zum Beispiel eins bei Celestion, das ist das hier. Und die ersetzen den Cap-Block und klingen manchmal so einen Tick besser. Allerdings gibt es da so ein paar, wie soll ich sagen, Probleme. Denn jeder, der die Presets hat, muss auch die Impuls-Responses an genau der gleichen Stelle haben. Deswegen nehme ich bei meinen Presets keine Impuls-Responses, also bei den Presets, die ich zum Kauf anbiete. Und benutze auch eigentlich persönlich selten Impuls-Responses, nur in manchen Sonderfällen, wo es wirklich unheimlich viel ausmacht. Weil es schränkt einen doch sehr ein. Und das hier muss, wie gesagt, bei jedem, der die Presets nimmt, genau so aussehen. Du hast 127 Plätze, wo du die speichern kannst. Und der Helix speichert es nicht ab, dass du jetzt diese Ownhammer 412 Diesel benutzt, sondern der speichert sich nur ab, Platz 11. Das heißt, wenn die nicht da sitzt, hast du verloren. Okay, also das beachten wir bei den Tutorials überhaupt nicht und bei meinen Presets auch überhaupt nicht. Wenn du aber noch den letzten Sound, das letzte Sound-Prozent rauskitzeln willst, dann ist das hier was, was du brauchst. Aber hier, Grundlagen sind das definitiv nicht. So, und dann kommen wir hier zu dem wichtigen Reiter Presets. Ich bin jetzt hier in meinem Helix-Stomp. Da sind die Presets geordnet. Immer drei Stück, 0, 1 A, B, C, 0, 2 A, B, C und so weiter. Ich kann das aber auch umstellen, diese Benennung. Dazu gehe ich einfach in Einstellungen, Presets, I, R, und stelle das hier von A, C auf 0 bis 125 um. Dann siehst du, es ändert sich nichts, außer die Nummern vorne dran. Und damit arbeiten wir jetzt. Das ist dann von Vorteil, wenn du zum Beispiel deinen Helix mit einem externen MIDI-Pedal steuerst. Was natürlich nur Sinn macht, wenn du den Stomp hast oder den Rack. Sonst macht das keinen Sinn, weil du dann ja die Fußschalter auf dem Board schon drauf hast. Nur der Stomp hat nur drei und ich steuere das zum Beispiel mit einem Morningstar MC6 MIDI-Controller. Deswegen arbeite ich lieber mit den Nummern, weil dann die Nummern zu den Nummern auf dem MIDI-Controller stimmen und nicht 0, 1, B und so weiter sind. Okay, so viel dazu. Hier habe ich dann also die Presets und da kann ich beliebig meine Sounds abspeichern. So, zu den Presets gibt es noch weitere Videos, wo wir einen Clean-Sound erstellen, einen Distortion-Sound und so weiter. Hier nur die Grundlagen. Was ich dir allerdings zeigen möchte, das ist die Erstellung von Vorlagen. Wobei, eigentlich sind es keine richtigen Vorlagen, es ist eigentlich nur ein Trick. Zeige ich dir jetzt mal. Ich benutze zum Beispiel immer gerne in verschiedenen Presets einen Hull und zwar nutze ich da eigentlich so gut wie immer den Ganymede mit Decay auf 5 und Mix auf 20. Den Rest lasse ich, wie er ist. So, das benutze ich eigentlich immer. Jetzt speichere ich das hier einfach mal ab mit dem, nochmal Mac-Command-S, ja, für Speichern. Du kannst es auch oben in der Menüleiste machen, die jetzt blöderweise auf der anderen Seite vom Bildschirm liegt, unter File-Save-Preset. Du kannst es auch machen, File-Save-Preset-S, ja, das geht auch hier übrigens, hier oben geht es natürlich auch, ja. Da kannst du Preset-to-Library speichern. Du kannst übrigens auch die Presets alle exportieren, auch bei HX-Edit-File-Export-Preset und die dann praktisch per E-Mail einem Kumpel schicken oder sowas. Okay, aber ich speichere jetzt einfach mal dieses Preset mit dem Reverb. Ganz einfach mit Command-S. So, das ist jetzt gespeichert. Wenn ich jetzt auf das andere Preset klicke, ist es weg. Wenn ich wieder zurückgehe, ist es da. Das ist jetzt schon mal eine Grundlage, wie ich Presets speichere. Aber, nehmen wir mal an, ich habe hier schon ein Preset erstellt, irgendwo, ja. Gehen wir mal hier hoch, irgendein Preset, ja. Ganz vorne, genau hier. Das habe ich schon erstellt. Oder ich nehme mal ein anderes, wo noch ein Platz frei ist. Hier ist kein Platz frei. Genau, hier mache ich mal einfach weg. Ich speichere hier nichts ab. So, und jetzt möchte ich genau diesen Reverb da auch haben. Auf diesem Nummer 10. Was ich dann mache, ja, ich muss den hier bei 80 habe ich den gespeichert. Da ist er. Ich klicke den hier, mache rechte Maustaste und mache hier Copy. Oder drücke einfach Command-C auf meinem Mac. Auf dem PC wäre das Steuerung-C. Habe ich kopiert. Jetzt gehe ich wieder in Preset C, wo ich das dazu machen wollte. Da hat natürlich nichts gespeichert. Wieder weg hier. Gehe auf den Slot hier. Ja, den muss ich anwählen. Hier, der muss weiß markiert sein. Noch mal rechte Maustaste und sage Paste. Fupp. Genau in der Einstellung, die ich gemacht habe eben, ist jetzt dieser Block da drin. Deswegen macht es extrem viel Sinn, dir einen Block anzulegen, also dir einen Preset anzulegen, wo deine Lieblingseinstellungen drin sind. Ja, zum Beispiel für Reverb mache ich das immer so. Für Delay nehme ich eigentlich so gut wie immer Transistor Tape. Mach entweder hier das Ganze auf Viertelnoten, wenn ich das Tempo mit dem Fußschalter kontrollieren will, mit Tap Tempo. Oder mach hier einfach 330 Millisekunden. Das ist so eine gute, wie soll ich sagen, Standardeinstellung, Feedback auf 33, Mix auf 25. So, dann speichere ich das wieder ab hier. Und nenne das vielleicht auch mal Vorlage. Oder Favorite Blocks. Ja, vielleicht so. Also, meine Lieblingsblocks. Jetzt weiß ich immer, wo die sind. Delay. Dann nehme ich auch ganz oft einen Kompressor. Nehme ich hier den Deluxe Comp. Streshold mache ich ein bisschen hoch. Ratio habe ich gerne auf 4 zu 1. Den Rest lasse ich, wie er ist. Ein bisschen Level zurück, weil das meistens sonst zu laut ist. 6 dB ist gut. So, dann speichere ich das wieder ab mit Command-S oder Steuerung-S auf dem PC. Was nehme ich noch ganz oft? Eigentlich sind das so die Standardsachen, die ich so reinmache. Ja, den Rest stelle ich eigentlich immer pro Preset ein. Falls du, nur falls du, einen großen Helix hast, also nicht den Stomp, wo du nur 6 Slots zur Verfügung hast. Also im Prinzip alle anderen. Dann mache ich ganz gerne, nach Vorlage von Jason Zaditis, der auch Tutorials macht, auf Englisch, mache ich ganz gerne an den Schluss immer noch einen Kompressor, und zwar ein LA Studio Comp. Peak Reduction auf 5. Gain auf 5. Und den Level auf minus 3, damit er die Lautstärke nicht so weit nach oben treibt. Und mache den einfach zum Schluss hin. Wie soll ich sagen, das schönt den Sound einfach so ein bisschen. Das ist kein Muss, aber das ist ganz nett. Also da, wo du Platz hast, kannst du dann diesen Kompressor noch da reinmachen. Wieder abspeichern. Und jetzt habe ich hier meine Favorite Blocks. Und du hast jetzt hier nebenbei auch gesehen, wie man das Ganze hier auswählt. Das will ich aber nochmal erklären an einem neuen Preset. So, erstmal fangen wir hier an. Du hast hier Main LR. Das sind die Hardware-Inputs deines Helix, den du angeschlossen hast. Wenn du Helix Native benutzt, steht hier nur Host. Also da kommt das praktisch von dem Computerprogramm, in dem du das Plugin geladen hast, rein. Hier haben wir jetzt mehrere Auswahlmöglichkeiten. Beim Stomp habe ich Main LR, also den Haupteingang. Ich kann auch den Return als Eingang wählen. So kann ich zum Beispiel eine E-Gitarre an Main anschließen und eine Akustik-Gitarre an Return. Das wäre da eine Möglichkeit. Und ich kann aber auch den Ausgang vom Computer, und zwar ist das auf Kanal 5 und 6, den kann ich hier als Input wählen. Jetzt wirst du dich fragen, wozu denn das? Ganz einfach. Wenn man jetzt zum Beispiel, nimm mal an, du nimmst einen Demosong auf und du hast dir beim Gitarre einspielen richtig viel Mühe gegeben oder hast vor, richtig viel Mühe dir zu geben, wäre es ganz sinnvoll, du nimmst das cleane Signal noch auf. Und beim Helix, Stomp zumindest, bei den anderen weiß ich jetzt nicht genau, aber es müsste eigentlich das Gleiche sein, ist bei Input, also nicht Output, sondern Input 5 und 6, Da schleift der Helix das Signal durch direkt nach der Eingangsbuchse an den Computer. Das heißt, wenn du dieses Signal aufnimmst, ist praktisch nur die Gitarre aufgenommen, die du spielst, ohne die Sound-Einstellungen im Helix. Und dieses Signal kannst du dann später wieder über USB 5, 6 rausschicken, hier die ganzen Einstellungen vornehmen und das wieder aufnehmen. Und das nennt sich Re-Amping. Das heißt, du kannst später wieder den Sound verändern von deiner Aufnahme. Und zum Beispiel von einem Mesa Boogie Rectifier dann stattdessen einen Re-Amp wählen oder sowas. Das machen mittlerweile sehr viele Leute. Viel komfortabler ist das natürlich, wenn du die Helix Native Software, die du für einen Hunni dazu kaufst, was ich dir auch empfehlen würde. Aber nur, falls du das mal wissen willst, so funktioniert das. Das wäre eine Anwendung dessen. Für was ich das ganz oft nehme, wenn ich Sounds programmiere, will ich nicht immer dabei spielen, sondern will meine Hand frei haben, um Einstellungen vorzunehmen. Und dann kannst du genau dasselbe machen. Du nimmst das cleane Signal auf, gibst es hier über USB 5, 6 wieder raus und stellst dann den Sound ein. Wichtig ist dabei nur, dass du später wieder auf MainLR zurückstellst, sonst ist nämlich dein Sound falsch programmiert und du hörst nichts. Okay, das war Input-Sektion. Hier gibt es noch andere Sachen zum Einstellen. Du hast nämlich hier Input-Gate. Das ist ein Noise-Gate. Das würde ich standardmäßig für alle ein bisschen mehr verzerrten Sounds aktivieren und die Einstellungen einfach so lassen, wie sie sind. Mir sage ich dazu jetzt einfach nicht, das reicht. Wenn du Heavy Metal spielst, kannst du mit dem Threshold-Regler rumexperimentieren und auch mit dem Decay-Regler. Wenn der kürzer ist und du hast so richtig krass verzerrten Sounds und du willst so Gents-Sounds machen, so död-döt-döt-döt-döt. Dann hier Threshold rumspielen und Decay weit zurück. Dann kriegst du so ganz kurze, harte Sounds mit hin. Aber das ist eine Spezialanwendung, deswegen lasse ich es jetzt hier einfach mal so. Inset, das ist die, also hier sind wir jetzt, sorry, hier. Da kannst du mehrere Eingangsempfindlichkeiten bzw. Wie nennt sich das Ganze mit den Ohm? Ich habe es vergessen. Eingangsimpedanzen einstellen. Ich kann dir dazu jetzt nicht wirklich viel sagen, weil ich das eigentlich auf Auto lasse und mich damit nicht beschäftige, denn ich denke, dass der Helix das ganz gut macht. Deswegen sage ich da jetzt einfach gar nichts dazu. Das ist meiner Ansicht nach zu komplex und ich würde es an deiner Stelle auch auf Auto stehen lassen. So, das ist die Input-Sektion. Wenn wir jetzt schon die Input-Sektion besprochen haben, gehen wir auch gleich mal auf die Output-Sektion. Da kannst du bestimmen im Stereo-Bild rechts, links. Oder am besten auf Null lassen, das ist Spezial auch eher. Und Level, das ist der Ausgangspegel deines Presets. Ich würde dir empfehlen, den Sound immer auf die gleiche Lautstärke zu programmieren, ob das Solo-Sound oder Rhythmus-Sound ist, sodass der hier bei 0 dB genauso laut ist wie alle anderen. Und dann, wenn du einen Solo-Sound machst, den hier verändern, dass du eine Stelle hast, wo du die Master-Lautstärke deiner Presets einstellst. Für Solo-Sound immer so plus 5 bis 6 dB und für den Rhythmus-Sound 0 dB. Das kannst du auch hier eintippen, wenn du doppelklickst. Und wenn du so Ambient-Sound hast, die eher im Hintergrund sein sollten, vielleicht so minus 3 dB. Alles andere würde ich immer so programmieren, dass die Sounds alle gleich laut sind. Ganz wichtig. So, jetzt kommen wir kurz nochmal zu dem Prinzip. Wir haben hier im Helix-Dom sechs Slots. In den anderen Helixen hast du überall mehr Slots und du hast auch teilweise zwei von diesen Linien. Und eine Linie stellt immer einen Prozessorkern des Helix dar. Das heißt, wenn du jetzt das Ganze beim Helix-Floor machst, also bei dem großen Boden-Helix, hast du hier zwei Linien und das sind zwei Prozessorkerne. Wenn du also oben angezeigt kriegst, dass nichts mehr reinpasst, ich kann das jetzt mal hier provozieren, indem ich hier Amp und Cap wähle. Nochmal Amp und Cap. Und dann siehst du hier, das wird ausgegraut. Das heißt, er kann jetzt hier nicht dreimal Amp und Cap machen, dazu hat er nicht genug Rechenpower. Wenn du das aber dann unten auf der anderen Linie machst, in dem großen Helix, dann hast du nochmal zweimal Amp und Cap dazu. Okay, den machen wir wieder weg. So, ganz mal grundsätzlich zum Aufbau eines Sounds. Ich gehe immer von hinten nach vorne. Hinten kommt bei mir, vor allem weil ich den Helix-Stomp besitze, immer ein Reverb. Wenn ich Amp und Cap getrennt mache, würde ich als letztes immer ein Cap wählen. Aber wir machen jetzt hier erst den Reverb. Jetzt erinnern wir uns aber, ich brauche den jetzt gar nicht einzustellen, sondern kann den von meinem Favorite Blocks einfach kopieren. Command-C, dann zu meinem Preset, Command-V. Solltest du das allerdings jetzt auch speichern und auch vielleicht benennen. Ich nenne das jetzt mal Berns Test Preset. Oder BK Test Preset. Und OK klicken. So, dann habe ich das hier, BK Test Preset und hier Favorite Blocks. Also zum Schluss kommt immer mein Reverb, damit der Sound ein bisschen Raum kriegt. Den kannst du natürlich nach Geschmack einstellen, vor allem den Mix, also die Lautstärke des Reverbs. Dann kommt in fast all meinen Sounds ein Delay. OK. Ich mache noch das Gleiche. Ich nehme mir das Delay hier. Copy. Und Paste. Das geht auch natürlich mit der Maus. Ich mache es halt gerne mit Tastaturen. Ich muss natürlich vorher den Slot anwählen. So, an diese Stelle setze ich immer mein Amp und Cap. Ich benutze jetzt hier deswegen Amp und Cap zusammengelegt, weil der Helix-Dompt nur sechs Slots hat. Wenn du unbegrenzt viele Slots zur Verfügung hast, wie zum Beispiel beim Rec-Helix, beim Floor-Helix und beim Helix-LT und auch bei Native, dann würde ich an deiner Stelle den Cap getrennt machen und hier Amp wählen und hinten bei einem Slot Cap wählen. Aber wir machen das jetzt hier mal mit Amp und Cap. Das ist auch die einfachste Möglichkeit. Wenn du anfängst, mach es erst mal so. So, und dann kann ich hier von diesen unglaublich vielen Amps im Helix einen auswählen und reindrücken. Ich nehme jetzt einfach mal den Ref-Gen-Red. Und jetzt kann ich auch schon mal spielen, ob da überhaupt was kommt. Jetzt habe ich hier schon ein Delay drin und ein Delay ist jetzt eher so ein Effekt für einen Solosound. Ich möchte aber jetzt hier vielleicht gar keinen Solosound haben, sondern einen Rhythmussound. Dann kann ich das hier mit diesem Schalter ausschalten. Und sehr praktisch, mit der Space-Taste geht das auch. Allerdings schaltet ihr dann den, der weiß markiert ist. Siehst du hier, weiße Markierung. Space-Taste macht ein und aus. Ansonsten kannst du hier jeden mit dem Schalter ein- und ausschalten. Nicht das X drücken, dann ist das Ding weg. Deswegen lieber nicht machen. Jetzt mache ich mal Copy. Und dann siehst du hier, weg, wieder rein, paste, wieder drin. Ja, und dann geht das genau in diesem Prinzip so weiter. Mal kurz was zur Effektreihenfolge. Ich würde grundsätzlich alle Time-basierten, also alle Zeit-basierten Effekte hinter den Amp machen. Und alle anderen Effekte vor den Amp. Nur mal kurz, damit du siehst, warum. Weil ich kann da lang drüber reden. Ich mache jetzt mal das Delay an. Space. Ich mache es mal ein bisschen lauter, damit der Effekt deutlicher wird. Ja, klingt schön. Jetzt setze ich einfach mal das Delay vor den Amp. Und du siehst auch, das geht einfach mit Drag & Drop. Einfach rumschieben. Und jetzt fährt ja mal an, wie es klingt. Furchtbar. Da stören sich die Verzerrungen und die Töne gegenseitig. Und das willst du nicht, deswegen muss ein Delay immer hinten dran. Genau dasselbe gilt für Reverb. Glaub mir das einfach, ich muss es dir jetzt nicht vormachen. Wo man entscheiden kann, ob man es hinter oder vor die Verzerrung gerne hätte, ist bei einem Chorus. Zum Beispiel hier haben wir einen ganz normalen Chorus. Der klingt vorne dran so. Und hinten dran. Das macht es da, ja. Also beim Chorus würde ich sagen, ist es relativ wurscht. Und vorne dran grundsätzlich Verzerrer. Und Dynamik. Also Kompressor, den du als Dynamikeffekt auch benutzen willst. Um zum Beispiel eine Single Note Line anzudecken oder sowas. Wenn das Ganze eher so eine subtile Kompression sein soll, kann man den auch mal hinten dran setzen. Und das habe ich eben auch mit dem Studio Kompressor schon mal erklärt. Das wäre also etwas, was hinten dran kommen soll. So, das ist eigentlich so, ja, das sind so die Grundsätze. Du kannst hier das alles auswählen. Hier auch Send und Return noch. Wenn du also einen, vielleicht hast du noch einen Verzerrer, den du gerne benutzen würdest, der nicht im Helix eingebaut ist. Den kannst du an Send und Return anschließen. Und dann hier wie ein normales Pedal im Helix einbauen. Da steht dann zum Beispiel FX Loop L. Wenn das Stereo ist, sieht es natürlich anders aus. Dann sind beide immer angeschlossen. Aber ich gehe mal davon aus, die meisten Effekte sind Mono. Deswegen nimmst du dann FX Loop L. Und das ist dann hier einfach eingebaut. Ja, das kannst du auch hier Bypass. Das ist jetzt ein externer Effekt, der über Kabel, über physikalische Kabel an dein Helix angeschlossen ist. Beim Floor gehen da bis zu vier Effekte. Also hast du da unglaublich viele Möglichkeiten. Die kannst du auch einfach verschieben vor die Verzerrung, hinter die Verzerrung. Das ist ja das Schöne an so einem Gerät. Okay. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ganz kurz noch zu den Typen hier. Amp und Cap hat halt Verstärker und Box mit drin. Nur, dass du mal hörst, wie wichtig die Box ist. Das hat jetzt eigentlich nichts mit dem Editor zu tun. Trotzdem zeige ich dir das jetzt mal. Ich mache hier mal den Amp hin, nehme den gleichen, ja, Ref und Generate und mache hier die Box getrennt hin. Das klingt jetzt genauso, wenn ich die gleiche Box auswähle natürlich, vorausgesetzt, wie Amp und Cap. Und so klingt das Ganze ohne Cap. Grauenvoll. Du siehst also, der Lautsprecher ist genauso soundbildend wie der Amp. Ganz wichtig zu wissen. Wenn du rausgehst an eine normale Gitarrenbox über eine Endstufe, und da würde ich eine neutrale Endstufe empfehlen, muss Cap aus sein und du musst auch hier Amp wählen. Und nicht Amp und Cap. Wenn du über einen Kombo spielst, wo du in den Einschlafweg gehst, das heißt, die Endstufe des Amps ist noch soundbildend mit drin, solltest du hier rumexperimentieren und statt Amp, Pre-Amp wählen. Da hast du auch alle drin. Mit weniger Reglern. Und das kann in manchen Fällen besser klingen. Ich möchte da jetzt aber nicht so genau drauf eingehen, weil das, ich würde sagen, eine Sonderanwendung ist. So, noch ein paar Kleinigkeiten. Du siehst hier die Version. Die sollte immer gleich sein zu deinem Helix. Und am besten auch die neueste sein. Dann hast du hier noch ein paar Einstellungen. Die würde ich ganz kurz durchgehen. Hier kannst du auswählen, ob das hier oben stehen soll. Main, LR, FX, Loop. Ich würde es stehen lassen. Hier die Nummern. Ob das diese Nummerierung vom Stomp ist oder die Nummerierung für MIDI. Und du kannst dann hier noch, wenn du die Impuls-Responses importierst, wählen, ob der den linken oder rechten Channel der Impuls-Responses sind. Die sind nämlich eigentlich stereo, die Impuls-Responses, die du kaufen kannst. Der Helix funktioniert bei Impuls-Responses aber nur in Mono. Deswegen musst du dem sagen, was soll er denn davon nehmen. Device-Settings, da kannst du noch bestimmen. Expression-Pedal, also an den Outputs des Stomp in dem Fall. Der hat ja einen Output, einen Stereo-Stecker für Expression-Pedal oder Foot-Switches. Was da dran jetzt angeschlossen ist, ist es ein Expression-Pedal oder ist es ein Foot-Switch? Exp ist Expression-Pedal, FS ist Foot-Switch. Und dann kannst du hier noch die Funktionen der drei Fußschalter bestimmen. Beziehungsweise nicht der drei, die auf dem Board sind, sondern nur die des dritten Fußschalters. Da kannst du unter diesen Funktionen hier wählen. Und hier, falls du hier FS4 und FS5 gewählt hast, kannst du hier die Funktionen von FS4 und FS5 bestimmen. Das sind dann externe Schalter. Du kannst bis zu zwei Schalter anschließen über ein Stereo-Kabel. Wollen wir nicht? Bleibt so. So, das sind alle Einstellungen hier. Kannst du die Werkseinstellung wiederherstellen. Fertig. Was gibt es hier noch? Du kannst jetzt hier bestimmen, ob das Tempo per Snapshot gespeichert wird, per Preset oder global. Und hier kannst du das Tempo einstellen. Zum Beispiel, eintappen kannst du es hier. Wenn du es recht klickst, kannst du ein Tempo eingeben. Hier kannst du alles rückgängig machen oder wiederherstellen. Und hier sind die Snapshots gespeichert. Merke, leider im Editor kannst du die Snapshots nicht benennen. Das geht in Halix Native zum Beispiel. Aber im Editor geht es leider nicht. Warum? Weiß ich nicht. Hier hast du noch meinen Account. Und da kannst du, keine Ahnung, Presets runterladen, dich verbinden und so weiter. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Hier ist noch eine Hilfe-Funktion. So, das war alles zum Editor. Und in den nächsten Tutorials zeige ich dir, wie man Sounds programmiert. Dankeschön. Hier bin ich wieder in echt und noch ein kleiner Hinweis für dich. Falls dir die ganze Programmiererei eventuell ein bisschen zu kompliziert ist oder du einfach keine Zeit oder keine Lust hast, das selber zu machen. Es gibt von mir einen Helix Soundpack. Momentan sind da 13 Sounds drin. Clean, Crunch, Blues, Metal, Rock, Liedsounds, Rhythmussounds und so weiter. Die bezeichne ich als Bands, Brot- und Buttersounds, weil das eigentlich Sounds sind, die man täglich braucht. Oder was heißt jetzt nicht jeden Tag, aber die man so braucht, wenn man ganz normal Gitarrensachen einspielt, Live-Auftritte spielt und so weiter. Also keine speziellen Sounds, die irgendeinem bestimmten Song nachgeeifert sind oder irgendeinem bestimmten Gitarristen, sondern einfach Sounds, die man ständig braucht. Die gibt es im Soundpack und wenn du dazu mehr Informationen möchtest, klick einfach unten den Link, da gelangst du zu einer Seite auf gitarrenlehrer-online.de, wo ich diese Sounds näher beschreibe. Und es gibt auch ein Video, wo ich jeden Sound, jeden der 13 Sounds mit seinen jeweils zwei Variationen konkret im Video vorspiele, sodass du dir das vorher anhören kannst. Und dann kannst du dir ja überlegen, ob du dir die Arbeit sparen willst und einfach dieses Soundpack kaufst. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch. Wenn es dir nicht gefallen hat, kannst du natürlich auch Daumen runter drücken oder dir unten drunter Gedanken machen, warum es dir nicht gefallen hat. Ich freue mich über jeden Kommentar, auch Kritik, besonders Kritik, weil dann weiß ich, was ich besser machen kann. Des Weiteren, wenn du weitere Wünsche hast, wie was ich zeigen soll, welches Sounds ich programmieren soll oder bestimmte Tipps zum Helix, schreib mir das auch unten in die Comments. Ich mache ständig weitere Videos und da freue ich mich sehr. Wenn du keins der Videos verpassen willst, abonnier doch meinen Channel und klick dieses komische Glockensymbol, damit du über jedes neue Video informiert wirst. Ich freue mich. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und dir viel Spaß weiterhin mit deinem Helix. Ciao!